Ne, pass auf, wir standen jetzt aber hier trotzdem mal, wir sind nämlich Rang 1 und wir sind nicht nur Rang 1 bei Haunt Showdown, sondern wir haben auch überhaupt keine Ahnung und dazu kommt Rang 1, keine Ahnung, ja, Rekrut, äh, Rekrut, ach, Rekrut, ist jetzt egal, können wir irgendeinen nehmen? Eine Windfield, 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 okay, der hat eine Romero Handcannon, Macheta, sie nannten ihn, Macheta, First Aid Kit, äh, Samina Shots, Fuse, was ist das? Pack of Five Handheld Railroad Flares, achso, Flares, ja, Dynamite, okay, ich glaube, ich nehme den hier, ich nehme, glaube ich, den, Hire? Wie, Hire? Ich will jetzt den nehmen, steht hier irgendwo, ach hier, 615 Dollar, okay, kriegt man noch irgendwelches cooles Gear? Wir haben nix, ey, Alter, wir sind so dermaßen, Upgrade Equipment, wir kriegen so den Arsch voll, das kann der wissen, ne? Upgrade, Hitpoints, 25 Hitpoints, Wie geht denn das? Boah, Vorstadt, ne, das ist ja auch wieder nett von dir. Okay, pass auf, äh, äh, Spider? Mission? Ne, 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 wir machen mal, achso, wir können auswählen zwischen dem Butcher und dem Spider, wir nehmen mal den Butcher, oder? Spider, es wird er nix, Invite, Solo, Accept, Click to Start. Okay, ich war, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ähm, warte mal, ich muss mal ganz kurz was anderes machen hier, ich muss mal nebenbei doch mal den, äh, Dings aufmachen. So, Mensch, ich habe keine Ahnung von dem Game, ähm, aber wir kriegen das schon irgendwie hin, ich weiß, aber ich muss eh drücken und dann haben wir irgendwelche Hinweise angezeigt. Ich sage ja nur was, aber, aber, von welchem Game hast du Ahnung, ne? Von welchem Game hast du Ahnung? So, das ist nicht nett, das ist voll gemein, aber du kannst natürlich immer die Wahrheit sagen, äh, 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 immer sagen, was du denkst, das ist natürlich überhaupt kein Problem, lieber Alex. Alles gut, nur Spaß. So, Hobie, wie immer. Achso, hihihihi. Hobie schreibt vorstatt, du hast so recht, oh, boah, 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 deshalb werden, äh, die Bestoffer so lang. Achso, loading, oh, es geht los, okay. Wir schauen mal rein. Haben wir es beide genommen? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, wir hatten es beide genommen, oder? Ich hatte das bei Dario mir mal angeschaut. Der hat ja schon ein paar Folgen gemacht. Und Milfander Simulator, da wäre ich Pro Gamer auf jeden Fall. W Champion Pro Gamer auf Milfander in 1998, 1999. But a series of championships. Champions. Champions. The Champion of the Champions. The Milfander Pro Game. So, okay, das lädt aber ziemlich lange. Es soll grafiktechnisch ziemlich heavy sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt hier überhaupt was wird. Aber wir schauen mal. Ladezeiten sind auf jeden Fall noch vor der Wind. Was ist das für eine krasse Pistole, Alter? Was ist eigentlich aus deinem Lego geworden? Wer, 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 was soll denn aus dem Lego geworden sein? Hm. Ich weiß nicht, was er macht, aber er macht gerade gar nichts. Hm. Hm. Äh. So. Oh, hier kam gerade was an. Ah, es lädt noch. Es dreht sich wieder. So. Was, 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 was? Äh, aus dem Lego, da bin ich nach dem Bau und da fehlen paar Teile. Waiting for out of place. Äh, da fehlen leider paar Teile. Okay. Ach du Scheiße. Das leckt schön. Geht's schon los? Kann's schon los? Ich glaube, es lieb. F3M00N, du Frau meiner schlaflosen Nächte, hier nimm mein Geld und mach dir ein schönes Leben. M4, Zentimeter vier, nun muss ich immer noch Geld geben, dass er meine MUM vernascht und irgendwo hört ja bekanntlich der S. Pass auf. N4 Zentimeter, woher weißt du das? Woher weißt du meine, woher weißt du die Länge? I am the one, don't want your time, don't need the guns, I give respect, don't want the street. Jetzt, jetzt tut mir das doch nicht an hier. Ich wollte gerade... So, wir müssen schleichen. Ich hab keine... Kramplätze. Müssen verdichtet sein. So, danke für die Donation, Bruder der Dritte. Okay. Fakt ist, auf jeden Fall, wir müssen hier solche Hinweise finden und da oben ist einer. Alter, die Soundkulisse ist natürlich auch allerheftigst. Sag mal, rede ich in-game? Ich glaube, ich rede in-game. Okay, ich hab mal Push-to-Talk angemacht. Müssen aufpassen. Also, sie sind auf jeden Fall Zombies, wir müssen drei Hinweise finden. Dann wird uns auf der Map... Wo ist die Map? Ach, da ist die Map. Dann wird uns die Dings angezeigt von dem Endgegner, von dem Boss. Und das Ziel ist es zu entkommen. Wir müssen den Boss nicht erledigen. Das können ja auch die anderen machen. Wir haben jetzt hier noch andere Spieler mit auf der Karte. Ich hab keine Ahnung, wo hier... Ich glaub, ich rede hier nur noch in-game. So, jetzt aber. Ja. Okay, warte mal. Hier irgendwo muss der erste hin. Da ist der erste hin. Okay, wir müssen aber auf jeden Fall... Da oben. Wir müssen aber auf jeden Fall aufpassen. Das sind nämlich Zombies. Die Zombies sind ziemlich uncool. Und wenn wir rumballern, dann hören das die anderen Spieler. Und wenn wir Vögel aufschrecken, hören das die anderen Spieler. Alles hören die anderen... Alles hören die anderen Spieler. Okay, Map updated. Okay. Ah ja. Okay, also der Bereich, da braucht man schon mal nicht mehr gehen. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen, wo der nächste Hinweis... ...sein könnte. Da. Okay. Hey, hey, hey. Bleib easy. Open the gate. Okay. Also das ist dunkel, oder? Dankeschön, Mario. Dankeschön für's Subscriben. Das ist wirklich lieb von dir. Gibt's denn da eine Taschenlampe? Alter, wie sind das so dunkel? Das ist ja ekelhaft. Äh, Moment. Scheiße. Das ist ja gar nichts. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier raus. Wir machen erstmal so viel Lärm, wie es überhaupt geht. Und dann schauen wir mal. Wir können, wenn mich nicht alles täuscht, auch irgendwelche Sachen finden. Warte mal. Wir können ja... Interact. Oh, ne Lampe. Achso, warte mal. Ich hab ein First Aid Kit. Oh, Schüsse. Habt ihr das gehört? Pst. Ich höre wie einen husten. Ich bin ja... Ich bin mir nicht sicher, wo... Alter, die Geräusche, ne? Alter, ey. Die Soundkulisse. Die Soundkulisse ist schon ziemlich crazy. Hört ihr den auch husten? Hier hustet doch eine. Oh, hier. Äh, Shotgun Muni? Haben wir nicht? Okay. Okay, wir müssen auf jeden Fall zum nächsten Hinweis. Der scheint da oben drin zu sein. Ja, der ist da oben drin. Okay. Die Zombies husten? Echt? Oh Gott. Was ist das? Ich spiele Zombiespiele. Kannst du dich einfach so ranstellen? Sag mal, Mutter, bist du nur verrückt? Warum? Wäre ich denn hier oben? Ziehen. Doch, der hängt. Zieh ein bisserl. Ich sag, ich krieg's nicht, ich krieg's nicht. Ja. Alles klar. So, pass auf. Ich glaube, hier ist der nächste. Da ist der nächste Hinweis. Okay. Map updated. So. Oh Mann, ey. Leute, ohne Mist. Oh. Okay. Das ist die Frage. Wo ist denn... Oh, ganz da hinten. Alter, die Geräusche. So, pass auf. Wir flitzen jetzt einfach mal hier runter. Boah, das ist schon... Spannend. Ich hab nicht gedacht, dass ich so geflasht bin, gleich vom ersten Mal hier. Ich hab's ja, wie gesagt, ich hab's bei Dalu gesehen. Und da sah's schon ziemlich... ...crazy aus. Ich hab schon gedacht, boah, Alter, was für eine Geräuschkulisse. Was für eine Grafikkulisse, ne? Das ist ja echt ein Hit. Okay. 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 Weiter geht's. Oh. Zombies, wir können die Zombies töten. Ey, das ist jetzt kein Thema, aber... Das Problem an der Sache ist, unsere Schüsse... Ja, von... Wir haben vorhin schon mal einen Schuss gehört. Okay, wir müssen noch weiter. Das ist noch eine ganze Ecke. Oh, das ist ziemlich nah. Hier wird heftig geballert. Das könnte schon der Kampf gegen den Endgegner sein. Naja, bleib ruhig, Alter. Das ist der letzte Hinweis. Okay. Ich hoffe, ich bin schneller wie die. Ich glaube, da hinten in der Hütte könnte das sein. Hohohohohoho. Ja. Okay, die verfolgen uns nicht mehr. Wir sind also schneller. Das ist eigentlich ganz easy. Puh, Schati. Dir eine gute Nacht. Alter Vater, ey. Das Game ist schon nicht schlecht, ne? Wollen wir jetzt was zu sagen? Fällt mir. Für die erste Runde, ne? Schlagen wir uns vielleicht gar nicht so schlecht. Wir gucken einfach mal. Wichtig ist ja, dass wir entkommen. Ach, guck mal da. Die Spinne da oben. Wie, 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 wie? Wieso? Achso, die zwei Punkte. Achso, alles klar. Wir haben jetzt schon zwei Punkte gemacht, ne? Und beim dritten Punkt... Oh. Da. Oh, da hinten. Und beim dritten Punkt... Okay. Kriegen wir quasi angezeigt, wo genau die Spinne ist. Das muss da hinten sein, der wird... Die wird auf jeden Fall crazy rumgeballert. Das kann natürlich sein, die kämpfen schon gegen die Spider. Okay. Mit Glück haben Töne die alle und wir können die One-Hitten am Schluss. Oh, Gott. Was denn jetzt schon wieder? Oh, fuck. Okay, wir müssen hier hoch. Da ist der Hinweis drin. Okay. Okay. Wir haben quasi drei von drei Clou gefunden. Da hinten ist die Spinne. Oh, Alter, ey. Was ist denn das für Geräusche? Ach, du Scheiße. So. Okay, da hinten ist es... Da hinten soll die Spinne... Ach, nicht so gut. Boah, Dalu, ne? Ey, ich will auch keinen Weizen hochziehen. Ich will jetzt hier die Spinne kaputt machen, ne? Und hier wird schon kräftig geballert. Und ich komme jetzt dazu und mache ihr das Ding klar. Das kannst du aber wissen. Und hier wird danach der Weizen angepflanzt. Das kannst du aber annehmen. So. Und ich bin nicht so ein alter Schisskopf wie der Dalu, wenn die Spinne kommt. Wollte ich nur mal sagen. Boah, da drinnen geht es schon voll ab, ey. Pass auf, hier sind die Raben. Die dürfen nicht aufschrecken. Alles klar, hat ja gut geklappt. Oh. Ich glaube, die ist in der... Ja, die ist in der Church. Oh, Scheiße. Komm ich hier drüber? Das sind Zombies. Fakt ist, die kämpfen da drin schon gegen die Spinne. Jetzt ist nur die Frage, ey. Gehen wir rein oder nicht? Was ballert denn der da drinnen so rum, ey? Wieso komme ich denn hier nicht drüber? Boah, was ist denn das? Ich bin so aufgeregt, Alter. Ich bin so aufgeregt. Ich überlege. Ist das die Spinne, die da krabbelt? Ach, hau ab. Huch, gottschen. Alter, das ist ja ekelhaft, das Krabbeln. Das lassen wir lieber. Also irgendeiner, der kämpft auf Wegfeier, der drinnen geht die Spinne. Komm ich da irgendwie rein? Boah, das würde mich ja mal interessieren. Ne, komm ich da rein oder komm ich da nicht rein? Ach, gottschen. Jetzt war ich aber schrocken. Ist das nicht der Ernste, oder? Ich habe was aufgehend gehört. Dass er natürlich direkt da unten steht und guckt. Ich habe leicht vorbeigezielt, ja, ich weiß. Na, komm, ey. Die erste Runde, um mal reinzugucken. Aber das Spiel, das Spiel, es macht auf jeden Fall Laune. Habe ich jetzt irgendwas gekriegt? Das Covered First Spider Clue. Okay, 25. Das Covered Second Spider Clue. 50. Okay, 75 Dollar und 300 EP. 150 EP. Okay, dafür, dass wir dreimal Clue gemacht haben und... Und so, wenn wir... ...-